In meinen Augen dürfte es nicht lachen, wenn ein Täter sagen kann, ich bin gehackt worden, ich bin es nicht gewesen. Oder es war vielleicht mein WG-Kalé. Und dann wird das Verfahren eingestellt. Das darf ja nicht wahr sein. Das Stalking, man weiss nicht, wer es ist und es hört nicht auf. Das ist es. Man kann nicht die Ferien reisen und man ist weit weg. Sondern es ist einfach permanent. Mir hätte es niemandem sagen müssen, du dich jetzt zurückziehen oder du dich mal deaktivieren oder löschen. Ich habe das Gegenteil gemacht. So. Hallo zusammen. Wir haben uns ja in den letzten zwei Wochen mit dem Thema Hass im Netz befasst. Für das habe ich unter anderem die Yolanda Spiess-Häcklin, Gründerin von NetzGourage, interviewt. Im Video selber sieht man natürlich immer nur einen Bruchteil von den ganzen Interviews, die wir führen. Wir brauchen dann natürlich einfach die Aussagen, die am wichtigsten sind für unsere Geschichte. Aber ich habe gefunden, dass gerade bei diesem Interview die Yolanda Spiess-Häcklin mega interessante andere Sachen noch erzählt. Sie erzählt zum Beispiel, wieso sie Täter trifft und mit denen gehen Kaffee trinken. Das hat mich mega überrascht, dass sie das macht. Und darum haben wir gedacht, wir probieren mal etwas Neues. Wir geben euch einfach mal das ganze Interview, also quasi unser Rohmaterial, falls uns das Thema einfach noch etwas mehr interessiert. Und ja, das seht ihr jetzt. Viel Spass! Die Staatsanwaltschaft Zürich sagt, dass sie immer das Rechtshilfesuch anfragen, wenn sie so fake accounts haben. Dass sie sich immer bei den ausländischen Staatsanwaltschaften melden und diese Daten anfordern und das weiterverfolgen. Ist das auch Ihre Erfahrung, dass das immer passiert? Nein, das ist nicht meine Erfahrung. Meine Erfahrung ist, dass es in gewissen Kantonen passiert. Es gibt auch wirklich Kantone, die vorne dabei sind. Zürich zum Beispiel, die sind wirklich bereit für diese Themen. Es gibt aber auch die kleinen Kantone, die das jetzt vielleicht weniger machen. Oder vielleicht auch von vornherein sagen, wir müssten jetzt auf Facebook fragen, aber da die Erfahrung ja zeigt, dass das nichts bringt, machen wir es gar nicht erst. Und das ist für eine betroffene Person schwierig. Jetzt haben Sie mir am Telefon gesagt, dass Sie eigentlich oft abraten von einer Anzeige. Ja, also es kommt einfach auf den Fall davon. Man kann nicht sagen, es ist in jedem Fall eine gute Anzeige zu machen oder es ist in jedem Fall nützt das nichts, wenn es jemand ist, der nicht damit kann, fertig wäre und auch Angst hat. Dann sollte man eine Anzeige machen, weil es eben irgendwo auch etwas löst. Wenn es jemand ist, der sich jetzt nicht so belästigend fühlt, dann kann man sagen, man lässt es, man blockiert einfach und man versucht weiterzugehen. Wenn man vielleicht herausfindet, wer das der Täter ist und oft findet man es heraus. Es ist nicht so, dass es einfach aussichtslos ist, wenn jemand anonym auftritt. Es gibt gewisse Tricks, die man anwenden kann, dass man es herausfindet. Dann kann man es versuchen. Und wenn man den hat, dann ist das einfach für die betroffenen Person eine Erleichterung. Es kann auch sein, dass es mühsam wird und dass es einfach lang geht. Und es kostet vielleicht noch viel, wenn man einen Anwalt oder eine Anwältin braucht. Und es ist schon so, ich glaube, man hat das Recht, angezeigt zu machen. Also nehmen wir jetzt mal einfach Beschimpfungen, Drohungen. Das ist ein Recht, anzuzeigen. Und da muss niemand sagen, du darfst damit den Staat überlasten. Oder musst du jetzt das kleine Ding da anzeigen? Nein, das ist ein Recht, das man hat. Und das sollte man machen. Denn das macht man im analogen Leben auch. Wie oft landen so Fälle bei Ihnen, die Sie in einer Sackgasse betreuen und mit welchen Begründungen? Wenn es um Fake-Accounts geht, dann eben schon etwa diese mal noch. Und die Begründungen sind oftmals auch nichts zu machen. Es wird zu kompliziert oder es ist noch irgendwie verschlüsselt. Eine IP-Adresse kommt mir sowieso nicht über, weil der Server irgendwo aufsteht. Und dann ist es auch für mich immer schwierig, den Betroffenen irgendwie beizubringen und ihnen nicht falsche Hoffnungen zu machen. Ich kann nicht sagen, komm, das geben wir jetzt den Behörden und das wird schon gut und so. Das wäre gelogen. Es ist eigentlich eine Lotterie, es ist ein bisschen das Roulette. Was ist ein konkretes Problem in diesen Fällen? Das Problem ist, dass man einfach noch nicht bereit ist, dass man zu wenig weiss, dass man die Abläufe, also noch nicht, dass die Abläufe noch nicht drin sind. Es gibt Staatsanwälte, die sind bereit, die sind organisiert, die haben Spezialisten, also Staatsanwälte, die daraus kommen, die wissen, welche Dynamik da mitspielt auf dem Internet, auf den sozialen Medien. Es gibt aber auch andere und es wäre eigentlich ganz wichtig, dass man sich jetzt da organisieren würde, dass man das aufarbeiten würde, dass man Schulungen macht, dass man die Staatsanwälte an Schuhe bringt und irgendwo auch ausrüstet mit Wissen, damit wir da gewachsen wären, weil wir in der Zeit auch immer ein wenig hinterher rietzen. Welche Rolle spielen denn die Plattformen in Facebook selber? Ja, Facebook könnte natürlich da noch viel mehr machen, aber das Interesse ist natürlich gering, oder sie verlieren wahnsinnig viel Geld mit dem ganzen Traffic. Also, wo ist denn da der Anreiz, die Hassposts zu löschen, wenn da Traffic generiert wird? Und das spült ihnen Geld in Kassen. Also der Anreiz ist nicht da, das zu machen. Wenn man mit Gesetzen muss man sie dazu zwingen, das zu machen, und das ist noch nicht passiert. Was macht denn die Unsicherheit mit den Opfern, wenn sie so lange warten müssen und irgendwie nicht wissen, was da genau läuft? Das ist auch von Fall zu Fall verschieden, aber ich habe, also ich selber rede aus Erfahrung, ich finde das etwas Unerträgliches, wenn man eine AZ gemacht hat, man weiss, das ist der Täter, der hat das gemacht und man wartet darauf, dass er mal befragt wird, man wartet vielleicht auf eine Hausdurchsuchung, man wartet dann nachher natürlich auf eine Verurteilung und dafür gehen zum Teil Jahre dazwischen und das macht einen fix und fertig. Ich rate den Menschen immer, dass sie oder Betroffenen immer, dass sie gute Psychohygiene machen, dass sie schauen, dass sie das Postfach nicht mehr voll von diesem Zeug haben, dass sie das irgendwie weg tun können. Sie können es zum Beispiel mir schicken oder sie können es zu einer Vertrauensperson schicken, die sie aufbewahren. Sie haben diese zwei Tipps für Opfer, die sie machen können. Gibt es noch andere Sachen? Das ist ein bisschen ein müterlicher Tipp, aber die Offline-Zeit tut einfach immer gut, in so einer Situation. Aber wie gesagt, das tut jede Person anders Handhaben. Mir hätte jetzt niemanden sagen müssen, du dich jetzt zurückziehen oder du dich jetzt mal deaktivieren oder löschen. Ich habe das Gegenteil gemacht. Aber es ist schon so, dass gewissen Leute es gut tun würden. Das muss man ein bisschen anschauen. Das ist typenabhängig. Was ich bei Ihnen noch interessant finde, ist, dass Sie immer wieder Täter treffen und reden mit ihnen. Warum machen Sie das? Ich mache das nicht von Anfang an. Also am Anfang habe ich auch die Menschen verurteilen lassen. Das hat mir auch gut getan, zu merken, dass der Rechtsstaat irgendwie auch gilt, auch für sie. Und irgendwann, nach dem Fünften oder so, habe ich mich auf ein Vergleichsgespräch eingelassen. Also ich kann das auch ablehnen, wenn ich das nicht möchte. Aber ich habe das dann gemacht und dann einfach gemerkt, wie es irgendwo gut tut. Also es hat mir gut getan, weil irgendwie, es kann einfach sein, dass, wenn man verurteilt wird, dass man nachher einen Stempfel von einem Verurteilten hat, man hat einen Strafvergistereintrag, man hat Mühe, vielleicht eine Wohnung zu finden, man hat Mühe, einen Job zu finden. Also wegen dem Strafvergistereintrag, weil man einfach einmal die Grenze überschritten hat. Dann kann man sagen, ist das gut oder nicht, aber es macht aus diesen Menschen, macht es nicht irgendwie zufriedene Menschen, sondern sie radikalisieren sich eher und werden vielleicht noch wässiger. Dann glaube ich, ist es versuchwert, mit diesen Menschen zu reden und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich zu entschuldigen. Und wenn das passiert, dann ist es eigentlich für alle gut. Also dann merkt der Täter oder die Täterin merkt, dass ich ein Mensch bin und macht das nachher eben auch nicht mehr. Tendenziell, das ist nicht bei allen so, aber meistens wird nachher nicht mehr weitergehetzt und man kann sogar beobachten, dass nachher der Köpfe wirklich eine Änderung passiert, also dass die Betroffenen, die Täter, die Täterinnen nachher in ihren Filter-Bubbles irgendwie eine andere Haltung einnehmen und auch eher mal sagen, hey, hört euch mal richtig lesen oder überlegt euch mal, könnte das nicht ganz anders sein oder geht euch das überhaupt etwas an, so ein bisschen so. Das ist das, was ich nachher beobachte. Und ein paar von den Täterinnen, die ich traf, sind jetzt auch Mitglied wurden bei Netzkourage. Und das ist irgendwo auch, das ist echt der Beweis, dass es gut ist, dass ich das versucht habe. Schon interessant ist eigentlich, wie auch nochmal eine private Initiative mehr für etwas, das man auch staatlich lösen könnte. Ja, echt schon. Aber ich glaube, es ist auch schwierig, für einen Staat wäre es schwierig gewesen, da von Anfang an parat zu sein, weil ein Staat erlebt das ja so nicht. Man kann das auch nicht vorausgesehen, was passiert da, die ganze Dynamik. Also die Geschichte, die ich erlebt habe, die ist so einmalig, also es war einmalig im Sinne von auch die erste virtuelle Hexenakt, und ich kam einfach aus der Not heraus, weil ich keine Ahnung hatte, was ich machen soll, habe ich einfach dann mal gemacht. Und ich habe zum Beispiel auch den Verein gegründet, also ich habe diese Stelle gegründet, die mir gefällt hat. Ich hätte mir wirklich gewünscht, ich hätte Leute gehabt, die mir hätten sagen können, was ich in dieser Situation machen muss. Und weil ich das nicht hatte, habe ich einfach alles ausprobiert. Und wieso aus dem Ausprobieren raus die besten Ergebnisse rausgezogen und dann mit diesem Verein weitergeführt. Und so kann ich jetzt auch andere unterstützen. Das ist wunderbar. Ich wünschte mir schon, dass der Staat das irgendwo auch unterstützt und erkennt, dass das ein guter Weg ist. Aber das passiert ja irgendwo auch. Also ich habe auch gewisse Projekte, wo der Staat mich auch unterstützt, im Umsetzen. Also dort, wo es um Online-Rassismus geht, um Sexismus, um solche Geschichten, da habe ich die Unterstützung vom Bund. Wo müsste man dann ansetzen, dass Sachen so ruhig im Netz, so gewaltt, nicht normal werden? Es ist vielleicht schon die Realität halt. Man müsste sich vielleicht einfach überlegen, was kann man machen, dass es nicht noch schlimmer wird. Ich glaube, weil Rassismus ist nichts Neues und Sexismus auch nicht und irgendwo Hass ja ohnehin nicht. Und durch diese neue Lebenswelt im Internet, die wir jetzt aber schon seit 30 Jahren haben, hat sich das halt einfach verlagert. Und die Dynamik ist halt eine andere. Es ist halt viel schlimmer, wenn man online unter die Räder kommt, als wenn man irgendwo auf der Strasse, wenn es auch nicht einmal beschimpft wird. Und das Talking, man weiss nicht, wer es ist und es hört nicht auf. Oder das ist es. Man kann nicht irgendwie Ferien reisen und man ist weit weg, sondern es ist einfach permanent. Es ist auch die Nacht durch. Es macht nie Pause. Und das hat man sich noch nicht überlegt, was das mit den Menschen macht. Und ich glaube schon, dass man da, es gibt jetzt auch, es gibt, es werden Studien gemacht und man tut sie jetzt aufarbeiten, aber man ist eigentlich erst jetzt dran. Man ist jetzt auf dieser Brücke eigentlich in die neue Welt, wo wir hoffentlich noch bessere Möglichkeiten haben. Aber es ist ein bisschen, ja alles muss man irgendwie mal zum ersten Mal machen und das gehört viel dazu. Also ich frage mich jetzt ein bisschen, braucht es Prävention, braucht es Strafen mehr? Also wo kann man dann ansetzen? Ja, also natürlich. In meinen Augen dürfte es nicht lange, wenn ein Täter kann sagen, ich bin gehackt worden, ich bin es nicht gewesen. Oder es ist vielleicht mein WG-Kalé gewesen. Und dann wird auch das Verfahren eingestellt. Das darf ja nicht wahr sein. Da müsste man einfach halt mit mehr Personal irgendwie dem nachgehen und das überprüfen und so weiter. Aber da findet man, weil halt die Zahl so hoch ist unterdessen von den Online-Delikten, ist man überlastet. Man macht es tendenziell dann nicht. Man stellt eher mal das Verfahren ein und das darf nicht sein. Ich glaube, da braucht es halt ein Aufrüsten von Wachleuten, die sich dem annehmen, dem Problem. Und irgendwo halt wirklich auf der psychologischen Ebene. Und eben, dass es nicht einmal eine Opferberatungsstelle gibt, eine offizielle für Opfer von Cybergewalt, ist eigentlich ein Drama. Okay. Hey, es würde mich auf jeden Fall mega Wunder nehmen, ob irgendjemand von euch das Video bis zum Schluss geschaut hat. Ähm, darum machen wir es doch so, wenn irgendjemand das fertig geschaut hat, dann posten wir doch ein Einhorn-Kommentar. Das wäre cool. Das nimmt mich wirklich mega Wunder. Und wenn ihr Lust habt, dann schreiben wir doch gerade noch rein, ob ihr euch das auch interessant findet, ob euch das irgendwie spannend tut, sozusagen unser Rohmaterial auch noch zu sehen, so ein bisschen mehr in unsere Recherche reinzuschauen oder ob euch das eigentlich vollkommen Wurst ist. Das würde mich echt interessieren. Merci. Das war's. Das war's. Das war's.